So und du machst sowieso nur Bretter, kannst es aber nicht automatisch machen, habe ich mal gedacht, deshalb mal das wieder weg und ich sitze hier einen Maxall hin, was genau das die ganze Zeit macht. So dafür habe ich hier die Räder. Was braucht der? Braucht doch noch Ziegelstein, Ziegelstein werde ich wo produzieren? Ja dafür nehme ich einen Kahn, so Ziegelstein, dass das Ziegelsteinchen hier hin gebracht wird, dann wird wenigstens der Stoff. Was macht denn der? Ich weiß es nicht. Der tragt das einfach rüber. So, weil dann hat der hier den Stoff. Was macht der? Warum tragt der das nicht da rein? Hä? Ach, Baumwolle. Oh. Das Frösche. Ah, sorry. Das Frösche Stoffchen gewählt. So, und Räder. Schau, damit ich hier nicht so viel brauche, mache ich hier das so. In irgendeiner Maxall, was hier einfach nur blöd rumsteht. In irgendeiner Maxall, was blöd rumsteht. In irgendeiner Maxall, was blöd rumsteht. Soll man alles abgeben? Bitte, bitte, danke. Ja, gibt es einfach irgendwo ab, ist mir irrscht. Und zwar, deine Aufgabe ist es, von hier, da, 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 da ins Lager zu bringen. Da haben wir ja was. So, du bringst Sachen da hin, du bringst Sachen da hin. So, dann bist du Maxall. Da, kriegst du keinen Weg. Dann geht ein bisschen schneller. Dann könnt ihr auch happy sein. So, weil dann kann ich eigentlich, äh, die Dinger herstellen. Irgendwann kommt ja auch schon wieder das nächste, war der nächste Wagen. Wunderwagen, fern, der wird entlang. Da. Na ja, dann wird der Router. Das war's dann. Dann verdoppel ich einfach die Produktion, weil an den hängt's ja eigentlich. Ich find's cool, die geben das sogar ab, cool. Gefällt mir. So, hier werden wir wieder produziert, dann werden hier wieder Sachen produziert, die Komponente doppelt. So viel von denen an. So, die Maxall, die nächste Tournam, geb ich wieder weg. Okay, schau mal, ich muss in der Schule noch mal machen. Greifverteiler, das wird dann cool, aber das muss ich alles herstellen. Das kann ja noch nicht herstellen, alles. Äh. Geht doch nicht. Hä? Der hat nix mehr zu tun? Wirklich? Ist doch hier einfach... Na ja, na gut. So, der Werk hat dabei auch nix zu tun, dann geb ich auch weg. Die Schubkarate, nix zu tun. Die Kornmüll ist ja voll, warum, warum passiert da nichts? Weil das nicht nur so hin will, weil ich einfach schon überall Dünger hab. Das ist blöd. Aber die Leute haben, glaub ich, noch nicht überall Watz und heiß, das kann ich ja maximieren. Jetzt hab ich mir auch gedacht, dass ich das immer... Und zwar, jetzt hab ich ja das Feld, ja. Dann mach ich das natürlich auch. Wenn ich die Kraft hab, wenn ich die Masse habe, quasi. So, das wird ja alles zugeklastert. Sehr gut. Ich hab das Farmfeld ein bisschen blöd platziert, aber... Egal. So, Getreide. Wir haben kein Getreide. Weu Ernst? Wir haben kein Getreide. Spiel, warum, warum tust du mir das an? Ja, ähm, äh, äh, äh. Ähm. Äh. Ja. Blöd nicht? Ist etwas, ist etwas blöd. Ja, äh, her. Komm. Und du da her. Und gibst ins... Ja. Machen wir hinten ein Lager. Würde ich sagen. Hm? Hm. Machen wir mal ein bisschen was sparen. Oder, wirst du was entsparen eben? Hm. 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 Ja, jetzt könnten wir eigentlich schon Stoffverlern aber auch schon benutzen. Dünner. Ich seh hier. Nun bräuchte ich einen, der nen Dünner. Warte. Kann ich so machen? Nimm das dann automatisch dahin, wo es gebracht wird. Wohin denn jetzt hin? Na, stopp. Moment. Ja, es braucht Futter. Ach so. Upsala. Wird aber nicht mehr genügend Futter produziert. Weil? Die genug brauchen. Ah, okay. Nichts hier, aber drei Arbeiter hinsetzen. Wird das Naturale schneller gehen. Und hier ein paar neue Felder hinplanen. Pflanze, aber zuvor muss ich mal schauen, dass ich genug Weizen habe, damit ich mal die hier vollfüllen kann. So halbwegs. Obwohl, ich gehe mal kurz ins Bau-Menü. Noch ein paar Farmfelder hin. Habe genug. So. Mach mal ein paar zumindest, dass ich hier ein bisschen mehr habe. Und dann haben wir wenigstens hier ein bisschen mehr. Ihr kriegt hier schon wieder kein Wasser. Achso, weil ich hier einfach... Komm her, du. Du Armer, musst du nicht immer einfach rennen. Das würde mir auch nicht gefallen. Und ihr kriegt hier dann... Ihr habt hier ein paar Runden. Dann kannst du wieder herkommen. Nimm Brunnen. Verteile herein. Nicht schwer. Genau. So, dann läuft das auch alles wieder schneller. Schaut es da unten aus. Elf. Ja, Förderbände wollte ich machen. Weil hier... Hier möchte ich ja was machen. Und zwar... Wir kennen eine Fließverbindung und hier laufen. Nur die Eier. Aber ich habe auch Tierfutter. Wo ich einfach viel zu wenig produzieren. Und hier ist es gerade einmal so, dass es gerade so... Ich habe mich selbst irgendwie zu viel. Aber hier kann ich nicht mehr aus... Output geht nicht öfters. Schwierig. 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 Und hier ist es gerade... Ah, ich überlege die ganze Zeit, ob ich das, wie ich das anders machen soll. Das ist einfach schwierig. Wie ein Futter. So. Schauen wir mal, jetzt haben wir ja 5 Bretter, jetzt können wir mal das auch besser, damit wir das auch fertig haben. Da muss ich die Basis verbessern. Bei 4 und glückliche Menschen. Heißt... Ach, da fließt auf Dach... Ach, das lieferst du aus, bitte? Ging es, der geht nur auf das. Okay, dann muss ich das in manuell, glaube ich, sagen, wohin soll. Sonst macht das nicht. 15, auf Dreh. Da, zu teuer. Macht schneller. Da. Wo ist das denn? Maner, hoher. So. So, werdet happy. Ich brauche 4 von diesen Dingern da. Heißt, noch ein Arbeiter. Du kriegst aber wieder 10. Dann muss ich ja da warten. So. Und du bringst die Sachen hier hin. Ja, jetzt brauchen wir noch 20 Geldmünzen. Und dann... Was haben wir denn da eigentlich? Eisenerz. Okay, cool. Jetzt eine Lampe. Nein, das ist so ein normaler Radius. Okay, der hat nichts mit dem Arzt zu tun. Okay. Dann haben wir noch Manascherben. Luftstein, Feuerstein, Edelstein, Gewürze, Wasserstein. Na gut, bis wir den Bauernhof haben. Ähm, da war es hier noch. Perfekt, wir können ihn upgraden. Damit haben wir mal diesen super tollen Lebensmittelmarkt endlich fertig. Der kostet zwar wieder 20, aber das geht ja relativ schnell. den würde ich hier platzieren. Das war es. Das war das ganze apocalypse. Wir müssen uns jetzt mal sehen. Oh, der ist ja, wie sief. Das war die ganze Zeit? Mitch, wie sieh. Schatz, wie sieh. Und viel ist? Da geht nicht in der Zeit?